wobei das habe ich natürlich nicht eingeplant dass mich jetzt hier die elite plänkler angreifen aber das dürfte der turm und die burg ja aushalten das hoffe ich das und meine felder sind ja ständig weg geht mir ein bisschen auf die nerven mit den feldern denn die nachbauen und ich denke unten ist auch erst mal stark genug beteiligt holz wird auf jeden fall jetzt erstmal noch benötigt unheimlich viel holz ein paar jahrzeit da werde ich schon wieder angegriffen das gute ist ich töte ja alle seine bauarbeiter seine dorfbewohner jeden einzelnen weil die hier alle kommen und das tor wieder aufbauen wird obwohl das Teuer überhaupt nichts bringt oben einer nach dem anderen kommt hier an und einer nach dem anderen stirbt Wachttürme wunderbar so sieht ja relativ stabil aus im Moment ja sieht ganz gut aus so und ich denke ich werde mich auch mal in die imperialzeit begeben so langsam kann man damit ja mal anfangen dann geht es los die eroberung das eigentliche ziel will er das eigentliche ziel schon starten ja muss ja das muss ja nicht das erinnert mich an eine runde die wir gestern gespielt haben gestern haben wir das ganze getestet wie es mit aufnahmen so ist ob das alles funktioniert ja und die aufnahme beziehungsweise nicht die aufnahmen sondern diese testen dann einfach mal fünfeinhalb stunden allerdings obwohl nicht was auch zwei gegen er die war allerdings nein die waren auch nicht verbindet ich war ja eigentlich fast genau das war dasselbe wie hier jedenfalls Imperialzeit kommt gleich kommt gleich warum bekommst du eigentlich 100 gold bei einer fahrt und ich nur 24 ich weiß es nicht ich glaube eigentlich aber nicht das müsste eigentlich dasselbe bleiben eigentlich aber nun gut hätten wir uns wohl damit abfinden müssen und da ist auch die Imperialzeit so und nun können natürlich hier die ordentlichen Verbesserungen erforscht werden was ist das hier 100 nahrung 1000 holz das geht ja theoretisch 100 nahrung und 1000 100 nahrung das ist natürlich auch sehr unvorteilhaft dass nur einer abbauen kann weil die stelle halt zu klein ist ja das ist natürlich könnte ja und praktisch die stelle die stelle die stelle die stelle steigend ist die mauer die krist ab hier oben ist ja auch noch gold und eine reliquie du hast wenigstens ein stein hatte ich nicht auch mal eine religie ja stimmt hier ist ja auch eine reliquie leicht werde ich da mal einen mensch in ausbildung geben so aber dann sollten erst mal die elite federfeilschützen geforscht werden momentan sieben und sechs also sieben angriff und sechs reichweite aber sind auch noch nicht voll verbessert und sind momentan noch normale das ganze bessert sich ein wenig gold habe ich jedenfalls noch genug hier daran soll es uns nie mangeln und die holzfäller die hacken hier um ihr leben was können wir jetzt noch erforschen einen hauptturm architektur glühende geschosse chemie er braucht einen mensch ja die reliquie ist doch schon kostet nichts aber bringt gold also das stimmt warum nicht so und der schmiede ist jetzt auch alles schon entwickelt ansonsten elite bogenschützen werden noch da fehlt noch das gold äh spione kosten 200 gold na dann machen wir das doch mal also hat der gegner noch ein dorfbewohner wenn ihr jetzt 200 gold einheiten fehlen und hier ist er sonst sehe ich hier nur eigentlich nur einheiten haben dann sehe ich nur häuser einig betale eine burg steht hier aber es auch nur eine burg mehr bogen hat er nicht ja und der restdorfbewohner ist hat draufgegangen als er hier die mauer immer wieder reparieren leute ist ja sicher dass das extrem schwierig ist ja das extrem leicht aber ja das hatten wir auch schon mal nein aber das ist wirklich eigentlich sollte es extrem schwierig sein das doch so wie die wobei er bin ich mir nicht ganz sicher so wie die gebäude aussehen nein ich glaube eine stufe fehlern noch gut dann erst mal elite lang bogen schützen und dann geht es zum angriff ganz ruhig ganz ruhig ich muss ja auch erst mal mich entwickeln münchen hast du in der nirgendwo dann naja ich hatte eigentlich nicht vor nämlich viel menschen mitzunehmen ja zwei oder noch mehr nein theoretisch reicht ja einer wenn er nicht stirbt Steine, wozu hacke ich eigentlich noch Steine? Ich brauche doch... Ach doch, na gut, für die Universität. Sonst brauche ich ja für nichts die Steine noch. Theoretisch nicht, aber... Was hat man denn? Was hat man denn? Was hat man denn? Was hat man denn? Dorfbogen richten 15%... äh, plus 15% an Schaden an Gebäuden. Na, ob man das wirklich braucht? Ich brauche doch nie Gebäude damit an. Werbpflicht ist doch noch relativ sinnvoll. Werbpflicht, ja, ist halt wieder so eine Sache. Ähm, aber doch, die kann man... Kann man mal mitentwickeln. Einheiten, 50% hier. 750 Nauern und 1000 Gold. Mensch, für Glauben. Das sind ja nur Beträge. Glauben wirst du wahrscheinlich nicht mal brauchen, weil, so wie ich das hier sehe, hat er... ...kein... ...lust da. Und der Dorfbewohner rennt auch nur blöd rum und repariert irgendwelche Gebäude. Zum Beispiel, dieses brennende Tor. Was man aber nicht benutzen kann, wenn da dieses Tor direkt daneben steht. Ist ja auch noch zwei unterschiedliche Tore. Für zwei Gegner. Ja. Der wird ich... Moment. Die hier unten sind doch besiegt. Sind doch... Nee. Meinst du Kaiser Mauritius? Nee, Kaiser Mauritius gibt's noch. Nee, der ist noch. Ja, der... Der lebt noch. Das sind die... Das ist der, wo hier die ganzen Leute rumrennen. Naja, gut. Der Dorfbewohner hat auch nur noch 10. Einfacher Bogenschützen. Das bringt mir ja gar nichts. Aber ich werde doch mal einen Langbogen schützen. Felder sind genug da. Schmiede ist alles gemacht. Marktplatz brauche ich ja nicht. Was hat denn noch? Nee, haben wir nicht. Architektur. Jo. Architektur kann man schon mal mitten. Ja, das kann man machen. Ein paar Holzfäller können wir dann auch machen. Ja. Darf ich noch ein paar Bogenschützen machen? Ich denke mal, ich werde eine reine Armee aus Bogenschützen machen. Ja, ich denke, wir brauchen ja auch keine... Drehburgen oder irgendwelche Belagungsgeräte. Meinst du nicht? Nein. Eine wenigstens. Nein. Doch, ja, für die Gebäude vielleicht. Ja. Na ja. Für die Burg nur mit den Bogenschützen. Das geht ja, weil es ein größerer Reichweithammer dauert ja. Ewig. 5 Minuten lang sind sie mit Hals. Das Belagungsingenieur. Ich habe ja keine Belagungsgeräte. Kann man hier denn noch ausbilden? Infanterie brauchen wir nicht. So, da brauchen wir die jetzt einfach nicht mehr. Holzfäller. Zwei Holzfäller? Mal gucken, was ich noch alles habe. Acht. Bergarbeiter. Achso, das ist Holz. Äh, Quatsch. Gold und Stein. Ich mache eigentlich gar nicht Stein mehr. Ach, die Holzfäller. Das ist ja gut. Wieder noch ein paar Bogenschütze. Oh, ah. Mein Datum. Das ist der erste Goldspot. Das weiß ich alle. Ja, der hält bei mir noch eine Weile. So hat es bloß noch einen, aber der sollte dann theoretisch ausreichen. Gut, hier brauchen wir eigentlich nicht mehr Holzfäller. Aber dann brauchen wir eigentlich nicht mehr Holzfäller. Und Goldfäller. Also geht hier vier Mann. Brauchen wir hier auch noch was. Zwei genaubte Holzfäller. Chopper. So, da habe ich jetzt noch vier Felderbeider. Gut, drei reichen auch. Ich habe Bogenschützen. Zehn. Was kann man hier noch stellen? Hier mal noch einen weg. So. Ja, und das ist auch, was wir am Anfang erwähnt haben. Dass man hier halt dann nach der Anfang der empfänglichen Wirtschaft auf Krieg Ganze umstellen muss. Und dafür auch halt Dorfbewohner entsorgen muss. Die werden ausgebürgert, die... Keine Berechtigung. Nein, keine Berechtigung. Ich denke noch... Ich bin ja noch ein Weltwunderbar. Na, juhu. Ach ja, doch, Kaserne. Da gibt es ja auch noch Bogens. Für die Bogenschützen. Ready. 6 plus 5 reich, weil da fehlt gerade. Achso. Nee. Gab es hier an der Burg noch was für die Bogenschützen? Was war das? Probieren wir es. Kasian. Kasian. Kasian.